Wie bin ich da gelandet? Es ist so mühsam. Wir geben sie zu Abend bekannt. Das Team will nix Dings von mir jetzt an. Wir können schon fertig brünzeln und immer schön zählen. Liebe Kolleginnen, Sven, wir kommen zu der ersten Übung Vertrauen. Unser Haarschef Felix Portmann unterstützt uns dabei. Danke, Evelyn. Die erste Übung dient der Vertrauensfestigung im Team. Ihr lasst euch rückwärts fallen und eure Chefin, Evelyn, fangt euch dann auf. Vertrauen. Ich mache es dir mal schnell vor. Ich vertraue dir. Wer will das Nächstes? Wäre es nicht einfacher, wenn wir alle gleich wären? Also wie du. Checkst. Einfach ist aber auch langweilig. Für einen guten Fruchtsalat braucht es verschiedene Früchte. Ein gutes Team ist wie ein feiner Fruchtsalat. Sehr schön gesagt, Kathrin. Wir sind ein Birchermüsli. Ein feines Birchermüsli, gell, Felix? Äpfel reicht ja nicht mehr. Es braucht jetzt auch noch Bananen. Ähm, Farina. Was, wenn die Bananen verfault ist und der Apfel viel frischer und knackiger ist? Braucht es eine Bananenquote? Die nächste Übung heisst Einflug. Das zerbreche ich ein, nennen wir es... Felix? Ein bisschen schwacher, bärmlicher... Ich muss es leider unterbrechen. Ich habe eine Mitteilung. Das Management hat entschieden. Die Evelyn ist ab sofort nicht mehr meine Chefin. Was? Was? Hoffentlich werde ich die neue Chefin. In der Poste tritt ab sofort Sven an. Was? Und auch noch ein Mann? Sobette Bananenquote. Wir wollen uns natürlich bei Evelyn für ihre lange...